Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video, Riesenkanal sofort und gleich. Heute gibt es ein Pack Opening Up, herrgleich. Erster Account, genau. Gucken wir mal. Sorry, ich höre mich ein bisschen komisch an, bis ich bin erkältet. So, was haben wir denn? Ringen. Ich will das noch schnell machen, bevor die Waffen kommen. Und Zantibur kommt doch, ne? Müsste so sein, ja. Weißt du gerade genau das gleiche wie ich, ein Wurst-Hack-Comeback-Elect? Ja. Damen-Football. Dreimal bitte warten. Horace Cam. Also, ob du so viel Lack hast, von vier Packs, drei Leggies. Zwei Leggies. Zwei. Zwei. Drei. Oh. Drei Leggies. Okay. So. Davon habe ich das letzte Mal Pech gehabt. Ja und? Ich habe aber jetzt Pech gehabt. Das ist nicht fair. Vielleicht. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt fangen wir erstmal hier an, weil ich muss da noch tatsächlich noch da unten Messages abrufen. Benlohnungen. Benlohnungen. 430.000 ist das ja das Max. Also Leute, wenn er gleichstelle die Belohnungen öffnet, dann sind wir noch eine Minute vor und dann sind wir noch eine Minute vorstuhl. Und dann haben wir noch eine Minute vorstuhl. So. Weiter geht's. Das habe ich ganz gut gehabt. Habe ich ganz gut gehabt. Habe ich mir die Nase geputzt. Das wird jetzt noch öfter vorkommen. Ich weiß. Oh, ein Dojo behind. Wie toll. Du hast drei Leggies schon bekommen. Also, bitte, 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 bitte. Sei nicht so. Ich habe jetzt aber 15 super epic Packs hier. Wenn du jetzt eine mitdickst ziehst, dann rastst du dich aus. Das wäre toll. Nein, wäre es nicht. Doch, das wäre toll. Hätte ich verdient. Für was? Für die ganze Arbeit. So, jetzt kommt ein Stewie. Ein Stewie hast du verdient. Nein. Nein, er gleich hat, er gleich hat jetzt. Welche Metpick würdest du dir wünschen? Äh, Stan. Okay, er gleich würde sich Stan wünschen, das bedeutet er gleich kriegt jetzt Stan. Und er gleich hat sich Stan verdient. Äh, äh, äh. Aber du hast ja nicht gesagt, mit welcher Farbe. Ich würde euch schon sagen, episch, oder? Äh, in episch will ich dir nicht. Fast noch nicht, oder? Oh, Ghost Boy. Wow. Impressive. Das ist noch eine Lechi. Cool. Lechi ist eine Lechi. Cool. Hab ich schon 800 Schiff von? Was? Helle Mobil. Jo. Oh. Oh, der Legendary. Oh, der Nibbler auf dem Dach. Der Nibbler. Wie schön. Ne Lina. Eine Lina. So, und wir sind zum Beispiel schon mal bei 5 Pledgys. 5 Pledgys schon? Ja. Du bist echt nicht so... Paul Underkina. Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Oh Gott. Bob's Burgers. Seit wann bist du mal nicht so Anlage... Anlage hier. Anlage hier. Anlage hier. Anlage hier. Unruppert. Ja Leute, wie weit seid ihr im Small Club? Das hat ganz schön lange gedauert. Wie lang... Wie lang seid ihr im Small Club? Wie lang seid ihr im Small Club Leute? Wie lang seid ihr schon im Small Club? Na gleich. Wie lang bist du denn schon im Small Club? Bin mal gespannt. Oh, Doktor Kyle. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt auch schon habe. Moment. Oh. Ich hab noch null. Ja. Jetzt müssen wir hier Lechys noch haben. Drei Stück. Und dann kann ich nochmal... nochmal Belohnungen abholen. Ja Leute, guckt euch das an. Mal gucken, wie Herr Gleis-Termatt reagiert. Was haben wir jetzt? Noch ein Pantry-Guns. Ja, die Kraftsteine interessieren mich gar nicht mehr. Er kriegt eher die Lechys-Dones zusammen, als diese Kraftsteine. Ja. Lebst du noch? Oder verreckst du schon? Tablet. Ja. So. Und noch eine Tina. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir nochmal in die Belohnung rein. Ja, Leute. Ganz kurz. Ein Tipp von mir. Nicht auf gar keinen Fall. Jetzt in irgendeiner Weise das Video abbrechen oder die Challenge irgendwas, die Belohnung vorspulen. Auf gar keinen Fall. Das ist der Lachflash in diesem Video. Deswegen ist der Titel da. Also Leute. Genießt euch. Genießt es jetzt einfach. Wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott. Alleine die Belohnung jetzt aufzumachen, dauert geschätzte 5 Minuten. Vielleicht sollte ich die mal löschen. Für das löschen, für das löschen brauchst du zwei Stunden. Wahrscheinlich den ganzen Tag dann. Tablet. Also Leute, ich klicke hier die ganze Zeit drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach mal das so da stehen lasse. Komm. Da sind wir beim löschen. Okay. Das hat geklappt. Das heißt. Ja, ich bin stolz. Happy. Oh, das ist lustig. Du hast aber gleich schon seine Belohnung ein. Oh, das ist lustig. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Belohnung einsammelt er gleich der Ritt. Geschätzte 5 Stunden später. Alter. Da braucht man jetzt den Skip-Button gar nicht mehr. Ja, bis der Skip-Button da ist, hat sich das Tablet bis zum Ende gelegt. Alter. Alter. Also ich habe jetzt geschätzte 20 mal auf Belohnung abholen gekriegt. Ich habe wirklich auch... Tja. Guckt euch dieses Drama an. Boah. Ich habe einen klassischen Schluck auf noch. Boah. Du bist doch so lachend. ein drastisch, was ein Drama. Boah, nee. Also Leute, ehrlich. Das kann doch einfach nicht sein. Also. Oh. Warte. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist, warum das Spiel da so rumbackt. Das ist echt heftig. Oh, ich habe meinen Dale fast vollendlich. Also das heißt fast vollendlich auf Level 12 dann. Cool, da kommen nochmal zwei Golden Third Facts dann zustande, wenn irgendwann die Belohnung abgeholt ist. Ja, guckt euch. Oh, da hat man gesehen, dass ich mehrfach draufklicke. Auf dem 30. Klick hat er dann irgendwann mal das erste Mal gesagt, dass er ihn registriert. Laden. Das ist meine Dale sehr häufig der Fall. Ja, wir sind aber auch dann schon fast da. Also so in 10 Minuten haben wir dann noch die letzten beiden. Drei, vier Dinge. Vielleicht muss ich es streicheln. Ah, guck. Streicheln funktioniert. Lade mal mit Rosenthal. So. Und der Toxic Shock. Letzte Karte. Ich meine, sieht zwar geil aus, aber 8-12 ist doch nicht so schlimm. So, ja Leute, das Spiel ist gerade eben ein bisschen abgestürzt. Das Tempel ist fast abgestürzt und jetzt sind wir wieder munter bei den Belohnungen dabei. Oder bei einem weißen Bildschirm. Und der Toxic Shock. Und ich denke, es kann Tattoo-Beschen verkaufen. Ob diese zu fies komme ich so gar nicht. Das war ein Gläsbelohnungen. Wir sind gerade geladen. komm wir sind schon da oben das ist einfach nur abartig das ist witzig aufschauen das ist so viel zu tun das wurde so verfehlt so haben wir die kickel die von uns gerade aufschauen Oh scheiße, das ist so witzig. Schön, dass du dich wenigstens amüsieren kannst. Das hier, man sieht ja, der denkt in einem Stroh. Man könnte wahrscheinlich fragen, was für einen Stoff du nimmst. Nein, ich bin scheiße. Das ist ein bisschen scheiße. Bitte warten. Okay, das hat sich ja nochmal mega gelohnt jetzt hier. Komm, ich bin auch noch welche zustande. Eins wenigstens noch hier. Ja, gleich musst du auch sagen, das ist schon witzig, oder? Ja, das ist eigentlich echt zum Reulen, ey. Ja, als ob da noch eine Karte hinterher kam. So, und dann müsste aber hier vielleicht ein paar, ein legendärer Stein ist trotzdem oben. So, noch ein Kleider schon. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz da rein. Erstmal ins Deck. Wie schaut's jetzt aus? So. W-w-w-w. Leute, bitte schreibt mal Hashtag Lachfläche unten in die Kommentare. Oh mein Gott, das ist so witzig gewesen, netze. Sind's ja gleich? Was ist denn daran witzig? Du hast selbst angefangen zu lachen. Mann denn. Ey. Leider haben wir keine Facecam. Auf jeden Fall. Du weißt, dass du angefangen hast zu lachen. Wie sagt er? Wie sagt er? Wie sagt er? Das Forstcamp. Wie habe ich das überhaupt schon erforscht? Ich bin da auch schon mal erforscht aktuell. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Was du mit forschen und so weiter. Oder könnte ich das eigentlich mal mit reinnehmen? Das war wenigstens jetzt ein Lachflash, den man wahrscheinlich nicht mal so schnell bekommen wird. Ja, toll. So, Leute. Warte mal. Sollen wir nochmal ein Video machen? Auf diesem Account hier auf Vergleich mit Belohnung einsammeln. Wir laden bald nur das Belohnung einsammeln als einzelnes Video. No. No. Doch. Alter, es reagiert so gut. Und dann geht's nicht so schnell, gell? Und dann geht's noch mal . Ostens, wo Ahreel in der Roll erforscht wird ist. Sad Clown, Shuttle Pop Ring, Surge Rocket Das Ding ist, wenn ich die jetzt fuse, die sind so schwach, ehrlich Das tut richtig weh, man sieht wie wenig Leben diese Charaktere so hat Ah, jetzt dran 93 ist schon besser Macht sogar Sinn Alles klar, das war's dann gewesen Wenn's euch gefallen, lasst mal ein Like, da schaut was in die Kommentare Abonniert den Kanal, schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn's wieder heißt Fishings Rodan mit uns, dem Herrn sofort und dem Herrn gleich Mach's mit Pissern und Tschüss Hashtag lacht mir schon in die Kommentare Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal